Oma, willst du mich eigentlich pranken, du Kacksaun? Du verpiss dich! Dünnschüsslich! Geh weg! Ah, ich hab dich getötet! Ah, du hast verloren! Warum baust du hier Wand? Weil ich keinen... Kein Stress machen! Verboten! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Moins Leute, wie ihr im Trailer sehen könnt, ist Season 6 gestartet. Ich bin richtig gehypt, hab mir den Battle Pass natürlich wieder geholt und werde Fortnite wieder abnormal suchten. Die folgende Fortnite Challenge ist vor der Season 6 abgedreht worden. Also wundert euch nicht. Heute versuche ich mit dem lieben Luke Magic eine Fortnite Challenge zu erfüllen. Die Challenge heißt nur Pumpgun. Das heißt, wir dürfen keine anderen Schusswaffen außer Pumpguns verwenden. Liebe Freunde, in Zukunft werde ich die ersten Kommentare eines Videos grüßen. Wer schnell ist, wird gegrüßt. Sorry, dass ich nicht mehr alle grüßen kann. Aber wer schnell ist, wird gegrüßt. Zunächst möchte ich zwei Kommentare vorlesen. Fortnite-Sucht, die schreibt, Hey, echt cooles Video. Bist echt gut. Und manchmal denke ich mir, dass du besser als manche andere YouTuber mit einem Millionen Abos bist. Bist du FreundinTV schreit? Weißt du, was süß ist? Dann schön. Wer ein schönes Bauwerk gebaut hat und möchte, dass ich es zeige, muss nur Hashtag Fortnite Wunder in die Kommentare schreiben. Zurück zur Challenge. Die Challenge heißt nur Pumpguns. Wir dürfen in der Challenge nur Pumpguns verwenden. Und jetzt kann es losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Wo wir hin wollen, nach Michael. Ich auch nicht. Oh fuck, wer ist einer? Das ist ein Puffer. Meins, 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 meins. Meins. Schüss. Ist wo mit deiner Granate? Der kommt da. Hallo. Was geht ab? Man sieht mich so nicht. Hallo. Ha, versteckt. Du bist so fett. Ich weiß. Pass ich durch die Tür. Ich habe irgendwie Angst. Bist du überhaupt zu etwas nütze? Mit deiner Granate? Ja, guck, ich kann das hier. Alles klar, genau. Okay, komm. Ah, komm raus. Raus, 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 raus. Komm, ja, hallo, bye, 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 bye. Die Marken-Tempel. War schön, dich nicht zu kennen. Ich bin hier oben. Bist du? Oh fuck, der, oh nein, alter. Ist er hier? Oh fuck. Der Bruder hat mich gesehen. Jetzt geht er wieder weg. Nee, der hat Angst, der Dünnschüsse. Ja, weil ich Granate geworfen habe. War ein Zeichen namens. Verpiss dich! Nein, eine blaue Erdreug. Ja, guten Tage. Wollen Sie einen Tarif bei Trivabo buchen? Bist dich, tschüss. Ey, das war mein Tisch. Komm her. Ich fahre jetzt weg mit meinem Bäumchen-Kar. Brumm, 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 brumm. Ich fälle jetzt Bäume. Ich bin Baumfäller. Ja, guten Tag, ich bin Mienarbeiter. Ich fälle Ihre Hütte. Meine Hütte. Lassen Sie meine Hütte hin. Ich meine eine Lange. Das ist eigentlich das Einzige, was ich besitze. Und noch eine Pumpe und die Pumpe. Da sind Bäume. Oh mein Gott, guck mal, ganz viele Bäume. Da ist ein Busch, ich meine. Ich habe ein Busch gefunden. Man sieht mich nicht. Ich bin unsichtbar. Oh ja, ich auch, hallo. Ich habe das Gefühl, wenn man rennt, ist man schneller, als wenn man spüren. Also wenn ein solcher Magnet fährt und ich habe keine Ahnung. Mein Pilz. Ich und mein Pilz. Ich muss 20 Pilze essen. 21, ich mache jetzt mal eine Mission. Hier war keiner in den Wailing-Wurzeln, Alter. Ich nehme direkt die Kiste mit. Ey, hier liegt eine Tactical. Hier liegt eine Tactical. Wollen wir die mitnehmen? Ja, natürlich, das ist ja mitnehmen. Hilfe, Lavorin. Hilfe, nein. Ich meine Kiste. Ich meins. Danke. Ey. Oh, der... Überfall. Hände hoch. Ich habe C4. Egal. Geht nicht. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, nein. Nein. Stirb. Oh yeah. Hier, warte mal, guck mal, guck mal. Nein, ich habe Angst vor dir, geh weg. Schere. Stein. Papier. Ach, du bist ein Stein. Hostum. Na, ich komme wieder. Ich glaube, ich stehe so gerne. Werf mir C4. Ah! Guck mal. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Du musst hier mal Reifen benutzen in der Zone, Alter. Weißt du, wie hoch du fällst? Was sind Reifen? Ach so, mhm. Autoreifen. Trotzdem, was sind Reifen? Erklär es mich? Nein. Was liegt da drin in der Hütte? Das ist so eine Maschinen-Dingstunster. Bums. Bums. Bums da. Guck mal, ich mache das Gangstermove. Ah, du hast verloren. Hier. Stirb. Nein, geh weg! Geh weg! Wo ist er denn? Hallo, ich werfe! Ja, ich werfe auch gleich. Mein Holz! Ich bin mein Holz. Meins, meins. Als du auf mich gereaktet hast, hast du halt auch zu diesem Lied getanzt, ne? Das ist ein Kiki, ja. Ich kann es halt. Das ist wie ein richtiger Dance, Bruder. Oh nein, die Zaun kommt! Ich habe aber einen Jigga-Jogger-Jackson. Die Zaun, die schießt sich ab, Alter. Boom, Headshot! Grüne Pepe-Tactical. Ey, du Honk! Ich komme! Komm her! Ah, ich hab dich getötet. Was? Er lebt immer noch, der Typ. Ah! Oh, hab einen richtig low geschossen. Junge, warum baust du hier Wand? Weiß ich keine. Ach komm, wir lassen ihn wieder verrecken. Jesus oder Maria. Bye. Kein Bock mehr auf heute. Oh nein! Oh mein Gott, Alter. Ich bin genauso schnell wie die Zaun. Schaff ich's noch in die Zaun? Ich bin die ganze Zeit vor der Zaun. Das gibt's nicht. Ich schaff's nicht mehr rein. Nein! Ich bin die ganze Zeit genau vor der Zaun. Jackpot! Boom! Das war diesen schönen Abstand, ja. Ich bin die ganze Zeit hinter der Zaun, Mann. Nein, bitte! Junge, willst du mich eigentlich pranken, du Zaun? Die verschliebt dich hier. Ey! Junge, die wird immer schneller. Ich bin mit der Freundin. Ich bin mit meiner Freundin. Sohnele, ich geb dir gleich Headshot, Mann. Hallo, 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 hey. Wollt nicht! Kein Stress machen! Verboten! Nein! Das ist ein Loob! Ey, guck mal, Loob! Guck mal, Loob! Oh! Der hat gar nicht gecheckt, dass er da ist. Was ist denn? Nein! Ey, Brotan! Willst du mich pranken? Nein! Nein! Ich hab nur den Fang geboren! Nein! Ey, ich komm hier nicht raus! Nein, bitte nicht. Bitte, tu mir das nicht an. Ach, nein, bestimmt. Nein! Nein! Ich stoß mir die ganze Zeit die Birne. Aua, nein, Junge! Mach Rekord mit dem Einkaufswagen. Geh mal mit dem Einkaufswagen auf dieses Hüpf. Auf dieses Hüpfchen zu. Oh ja! Ja, let's go! Ey! Ey! Bauf nie! Jetzt tun wir den, äh, Du hast auch noch... Ey! Ich hab richtig ohne Einkaufswagen geschafft. Ich Flynn Look auf durch ihn, Mensch! Ich bin nur das Ding! Ja, ich hab da 3 Millionen! Ich hab 5 Millionen! Was... Ich bin nur aber dran! nur wenige minuten spät let's go to das die spaß die man ich habe keine waffe ich denke keiner mag dass die spaß ich bin ja 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 ich habe ich ja ich bin ja ja es ist mir scheißegal ich meinte aber mit Ja, er hier. Du rast hier komplett durch. Oh Mann! Hey, 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 hey! Wahnsinn, halblang hier! Ja, ey! Dankeschön! Ja, bist disqualifiziert. Nur wenige Minuten später. Das ist der dritte Versuch! Wir müssen einen epischen Sieg machen. Das war... Shon-Shin-Shon-Shon-Shin. Ey, komm mal, ich hab was gefunden für dich. Was, ein C4? Nein, nein, komm mal, komm mal! Okay, dann komm ich nicht. Oh, gerade Granate! Aber ne Granate hab ich gefunden, aber egal. Wenn Lukas Granate findet, dann... Komm, ich komm. Ich will dir aber noch was sagen, ne? Guck mal, ich bin hier. Guck mal! Ich habe etwas gefunden, was dir ähnlich ist. Das hier. Was denn? Achso, Müller! Ja, piss dich, Alter! Hier, guck mal, guck mal, hier! Oh, jetzt... Was ist mir jetzt ähnlich? Wieso mag ich denn hier benutzt, sag ich? Weil der Scheiß ist. Ey! Warum bist du... Ich wollte die Kiste gerade öffnen, und dann hat er mich einfach runtergeschossen. Ja, hab ich gesehen. Oh, da lag's jetzt hier! Oh mein Gott! Letzter Versuch ist gescheithaft. Willst du noch irgendwie etwas sagen? Abo, ne Dokumentstick. Das war's für mich heute. Tschüss! Willst du noch was loswerden? Sante stimmt. Ja, tschüss. Tschau! Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern, irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem. Bis zum nächsten Teil am Freitag. Tschau! !